Hallo liebe Leute, zuerst mal vielen Dank für eure bisherige Unterstützung in dieser Saison. Wir hoffen das geht weiter so und ich hoffe, dass wir eine gute und frohe Weihnachten alle zusammen erleben können und vor allem erfolgreiche. Euch wünsche ich auf jeden Fall das Beste und alles Gute. Auch heute gibt es natürlich was zu gewinnen und zwar diese Christbaumkugeln. Für alle anderen, die nicht das Glück haben, diese schönen Kugeln zu gewinnen, die gibt es bei uns im Fanshop oder Onlineshop für 30% günstiger, also zuschlagen. Bis zum nächsten Jahr.